Fertig, hinstellen, nach hinten rollen, dann sagst du los. Los! Okay, zusammenrücken. Das können wir nicht jeden Morgen machen, das ist doch albern. Nur bis er 18 ist. Lächeln. Ich geh schon. Polizei Pittsburgh, das ist ein Haftbefehl. Sie stehen unter Mordverdacht. Oh, Mom! Wo war ein Anwalt an? Laura! Vergessen Sie das Gericht Ihrer Frau. Sehen Sie auf die Beweise. Ich habe die Beweise gesehen. Sie ist unschuldig. Es ist egal, was wir glauben. Laura kommt trotzdem nicht raus. Ich verspreche dir, du wirst wieder ein Leben haben. Was wollen Sie wissen? Wie konnten Sie fliehen und wieso niemand anders? Kein Gefängnis der Welt ist so sicher. Ihr Plan muss zu 100% ausgearbeitet sein. Und Sie müssen sich selbst fragen, kann ich einen Wärter töten? Mein Kind irgendwo zurücklassen? Denn wenn die Sache funktionieren soll, müssen Sie genau das tun. Und wenn Sie es nicht können, lassen Sie es. Sonst gibt es nur Tote. Zeigen Sie mir, wie man Sie lädt. Ich brauche Pässe. Du bist zu verbissen. Du fährst es gegen die Wand. Dauert bloß einen Moment, okay? Okay. Warum tust du das? Wir haben keine andere Wahl. Um die Innenstadt abzusperren, braucht die Polizei nur 15 Minuten. Und nach 35 Minuten stehen Polizisten an jeder Autobahnauswahl. Halten Sie den Zug an! Festhalten. Was, wenn ich nicht rauskomme? Dann ergeben Sie sich. Die erschießen Sie ohne zu zögern. Laura! Was, wenn ich nicht rauskomme, ist, wenn Sie uns nicht rauskennen, ist, wenn Sie nicht nicht rauskennen. Tag sind Sie so wahrscheinlich mit der EU-Richt. Da ist die Strecke, die ich nicht rauskennen als Sie den Krieg, die ich nicht rauskennen. Wenn ich nicht rauskennen, ist, wenn Sie nicht rauskennen. Ich habe eine Sprechung. Vielen Dank.